Ich bin Anita Farke und spreche die ExodaBlog News. Deutscher Handel mit der Ukraine übertrifft den mit Russland. Wirtschaftliche Verflechtungen – Deutschlands Handelsbeziehungen zur Ukraine und Russland im Vergleich. Die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine zeigen in den letzten Monaten eine klare Tendenz zur Intensivierung. Diese Entwicklung erfolgt parallel zu einem signifikanten Rückgang des Handels mit Russland. Analysen der aktuellen Wirtschaftsdaten verdeutlichen, dass Deutschland mittlerweile mehr Güter mit der Ukraine austauscht als mit seinem östlichen Nachbarn. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sei der deutsche Export in die Ukraine im ersten Halbjahr 2023 stark gestiegen, während die Importe aus Russland erheblich zurückgegangen sind. Im Vergleich zum Vorjahr habe sich der Umsatz mit der Ukraine fast verdoppelt. Dies steht im krassen Gegensatz zu den Importen aus Russland, die aufgrund der Sanktionen und der geänderten politischen Rahmenbedingungen einen massiven Einbruch erlitten hätten. Beobachter berichten, dass viele deutsche Unternehmen sich nun verstärkt auf die Ukraine konzentrieren, um neue Märkte zu erschließen und die Abhängigkeit von russischen Rohstoffen zu verringern. Diverse Branchen, besonders der Maschinenbau und die Automobilindustrie, hätten begonnen, neue Partnerschaften in der Ukraine zu entwickeln. Deren Vertreter äußerten, dass diese strategischen Entscheidungen zur Diversifizierung unumgänglich seien, um auch in Krisenzeiten wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein weiterer Faktor, der zur Stärkung der Handelsbeziehungen zur Ukraine beiträgt, ist die Unterstützung durch die EU. Die europäischen Gesetze und Regelungen zur Handelsliberalisierung sind ebenfalls Teil der neuen Ausrichtung der deutschen Wirtschaft. Quellen im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz haben angemerkt, dass die Ukraine ihren Markt für deutsche Investoren zunehmend öffnet, was die Attraktivität dieser Region erhöht. Es wird erwähnt, dass vor allem der Agrarsektor und die Maschinenindustrie in der Ukraine Potenzial für deutsche Unternehmen bieten. Laut Wirtschaftsvertretern sind die hiesigen Landwirte daran interessiert, modernste Technologie einzuführen, um die Produktivität zu steigern. Der Bedarf nach Investitionen in innovative Technologien ist hoch, was deutschen Firmen neue Perspektiven eröffnet. Die geopolitischen Veränderungen sowie die Wirtschaftssanktionen gegen Russland haben auch dazu geführt, dass viele Unternehmen, die zuvor stark an Russland gebunden waren, neue strategische Richtungen einschlagen. Diese Neuausrichtung könnte langfristig zu einer verstärkten wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Ukraine führen. Der Rückgang der Handelsbeziehungen zu Russland wirkt sich nicht nur auf die Wirtschaftsmärkte dieser beiden Länder aus, sondern hat auch weitreichende Konsequenzen für die Politik und Gesellschaft. Experten haben festgestellt, dass es durch die Neuausrichtung der Handelsströme auch zu einem veränderten politischen Klima in Europa kommen könnte. In Anbetracht dieser Entwicklungen wird deutlich, dass der deutsche Handel mit der Ukraine in einer dynamischen Wachstumsphase ist, während der Austausch mit Russland nachlässt. Diese Verschiebung könnte das wirtschaftliche Gleichgewicht in der Region langfristig beeinflussen und bietet potenziell neue Chancen für internationalen Handel und Zusammenarbeit. Das Interesse an der Ukraine wird als strategische Notwendigkeit betrachtet, die nicht nur wirtschaftliche, sondern auch sicherheitspolitische Aspekte umfasst. Deutsche Wirtschaftstreibende und politische Entscheidungsträger betonen, dass diese Entwicklung keiner kurzfristigen Mode folgt, sondern auf grundlegenden wirtschaftlichen und geopolitischen Änderungen beruht. Montag, 19. August, 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.